Umheben die Säge, während da an der Mine wieder Action ist. Haben wir schon Erfahrungen mit? Oh, naja. Drei Leute, das schaffe ich auch allein. Vier Leute auch. Problemlos. Du bist auch zu hohl für irgendwas, ey. Ja, wieder verklickt, das ist schön. Das passiert mir öfters, wenn ich besoffen bin. Das ist toll. Ja, ich hab... Ihr wisst das wahrscheinlich, aber ich hab meine Kombis hier auf Shift und SDRG und was weiß ich gelegt. Und wenn ich dann ein bisschen getrunken hab, dann kann ich das nicht mehr kontrollieren und dann... passieren solche Sachen. Dann drück ich aus Versehen dat und dann war's dat mal eben. Das ist immer ganz toll. Herrlich, herrlich. Dat... dat ist schön. Ja, das ist die Kombi... Warte, die? Nein. Wie ist die Kombi denn? Wisse, aus Versehen schaffe ich es zu drücken, aber nicht absichtlich. Was ist das denn für eine Kombi? Steht da nicht mal. Links klick, Shift klick um die Gebietskarte. Ja, toll. Hab ich da eben. Shift irgendwas, schlag mich tot hier. Äh... Ja. Funktioniert nicht. Nur wenn ich aus Versehen, dann funktioniert's. Hammer. Ja, doll. Das denk ich auch. Da fliegt jemand zur Schmiede. Dat klappt so nicht, mein Junge. Ich bin gestorben, stimmt. Ja. Es gibt auch Leute, die sind an Klose gestorben. Also das muss ich sagen. Nein, also... Man sollte aufpassen, welchen Namen man sich aussucht bei so einer WM-Veranstaltung. Auch Schweinsteiger ist kein guter Name. Der Mann mit den meisten Ballkontakten... Nee, würde ich nicht nehmen. Nimmt euch am besten sowas wie... Ja gut. Gegen Afghanistan würde ich Neuer nehmen. Also Torwart ist immer ungefährlich. Allerdings gegen Spanien, da würde ich nicht Neuer nehmen. Da würde ich dann... Ja... Gomez. Ach komm doch, was wollt ihr denn hier? Ihr Clowns. Oh, Insigni! Oh, da hat er nicht mitgerechnet, der Forel. Und da ist er... Ach, ja. Ja, ja. Der... Der is it. Der Chami hier, der Highland. Da hat er die Biatsch. Hier ist irgendwo... Naja, tot. Hm. Das Wichtigste ist immer, nicht den vor allem zu fokussen, sondern... Hier ist irgendwo ein... Wo ist der? Priester. Ich wollte sagen, hier ist irgendwo ein Priester. Aber... Hm. Anscheinend doch nicht. Nicht mal, weil ich besoffen bin. Rocken, äh... Rücken, rocken, rücken, äh... Was wollte ich jetzt sagen? Kommen so böse Wörter wie... Ver... Über meinen Mund. Das ist... Nö. Das ist niveaulos. Hi, bist du der, der das Beat gedreht hat? Mit 1 bis 80. Nö, ich bin... George... Clunay. Wenn ich's noch richtig schreiben könnte. Nein. Oh, wir sind am Gewinnen. Das ist natürlich schön. Obwohl die nicht an der Flag fighten, das ist natürlich gefährlich. Beweg dich da rüber, du Forel. Es war doch klar. Wieso fightet ihr Homo-Sapiens nicht an der Flag? Na gut, dann hole ich halt die Säge. Zu 50 sind sie da an der Schmiede und schaffen's nicht, die Scheiße zu deffen. Das ist doch nicht normal, was ihr hier macht, ihr... Ja. Goblin-Schurke. Alter, da ist noch ein Dudu dabei. Ich dachte, das wäre wie ein Pad. Das ist so scheiße. Wer denkt sich die Designs aus? Der macht doch keine Katze. Oh Mann, ey. Das ist doch für ein Arsch. Prost! Ja, wenn wir verlieren, verliere ich wenigstens glücklich. Das ist das Schöne. Das als Tipp. Wenn ihr irgendwann mal wisst, ihr müsst sterben. Sauft euch vorher ein, dann sterbt ihr glücklich. So, jetzt sind wir in der Arsch-Position, weil... Ja gut, ich hab keinen Timer, aber ich schätze mal, das wird ganz knapp so 1560 zu 600. 1600. Würde ich so tippen. Als Tendenz für die... Hier oben. Ja, und noch einer. Joa, kein Problem. Mach ich doch. Mach ich. Mach ich. Kein Problem. Kommt alle her. Ich mach euch alle tot. tot im Eisblock. Oh, mein Edel ist gestunnt. Das ist natürlich schön. Und ich hab Legs. Gut, dann bin ich jetzt tot. Schön. Und wir haben die Schmiede wieder. Was ist jetzt kaputt? Das ist natürlich ein schlechter Faktor für die... Jede Sekunde zählt jetzt, ähm, ja gut, jetzt ist es eigentlich unmöglich noch zu gewinnen für die Horde, wenn sie nicht vier Basen halten. Oder teilweise für eine Sekunde oder zwei Sekunden unsere Basis holen, weil... das ist einfach nicht möglich ist. Das ist einfach nicht möglich. Das ist einfach nicht möglich. Das ist nicht möglich. Sie müssten jetzt vier Basen halten. Nö, schaffen sie nicht. Schaffen sie nicht mehr. Wir haben gewonnen. Ich setze mich jetzt hier hin, mache Lagerfeuer. Habe ich ein Lagerfeuer dabei? Oh, scheiße, ist das hier unaufgeräumt. Was ist denn hier für ein Chaos? Nö, habe ich nicht. Ja, wir haben gewonnen. Das ist ganz toll. Das ist großartig. Ich bin gestorben. Muss ich nur enttrinken. Habe ich ganz vergessen. In der Aufregung hier, in der Freude. Freude. Zugefügter Schaden. Ich mache doch gar nichts. Ich stehe nur rum. Wieso bin ich ganz vorne? Was macht ihr denn? Ich bin total besoffen. Was wollt ihr von mir? Name. Ja, wenigstens ein Name. Ja, dann bin ich auch vorne. Ja. Großartig. Ich mache nichts und stehe vorne. Es ist immer traurig zu sehen. Aber vielleicht sind die anderen noch besoffener. Ich weiß es ja nicht. Das ist bei der Allianz nie auszuschließen, weil die Allianz ist... Im PvP wirkt die so, als wäre die permanent 5 Promille, obwohl ich jetzt schon mindestens 1,5 habe. Dreht sich auch schon alles, jeder dreht sich auch schon alles, dreht, 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 in verschiedene Richtungen. Ja. Gut. Ich hoffe, ihr hattet heute ein bisschen Spaß. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich entschuldige mich nochmal für, ja, alles, was ich gesagt habe. Ich übernehme keine Haftung für alles, was ich gesagt habe. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles gesagt habe. Das ist mir auch egal. 65. Yay. Scheiße. Das geht aber schnell. Hm. Na gut. Jo. Jo. Äh. Wie auch immer. 65. Yay. Hier ist es. Da. Jetzt weg. Ich verabschiede mich und wir sehen uns mal. Oder hören wir uns. Jo. Bis dahin. Ciao.